Es geht weiter mit dem Let's Play Ghost of Tsushima. Ich bin der Samus in Mafia X. Beim letzten Mal haben wir versucht, unseren Onkel zu retten, sind leider gescheitert. Jin hat hier eine Erinnerung gehabt, wie er auch damals hier leider seinen Vater nicht retten konnte. Und nun sind wir dabei, mit Yuna hoffentlich mal jemanden zu retten. Und zwar verbündet zusammen, um unseren Onkel doch zu retten. Und zwar ihrem Bruder einen... ...helfen, wenn er gerettet ist. Kaum zu glauben, dass ich ihn bald sehe. Er hat Glück, dich zu haben. Sieht er vielleicht anders? So sind Geschwister nun mal. Was ist mit dir? Hast du Brüder oder Schwestern? Fürst Shimura ist meine einzige Familie. Was wirst du tun, wenn er frei ist? Tief durchatmen. Denn dann weiß ich, dass für unsere Insel Hoffnung besteht. Du klingst überzeugt. Ich habe ihn schon gegen jede Wahrscheinlichkeit siegen sehen. Und wenn dein Bruder frei ist, was dann? Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Toll. Einmal zum Stealthen wäre das natürlich super, aber eigentlich war ich jetzt auf der Suche nach Loot. Aber das Loot scheint mich nicht zu mögen. Nein, nein, nein. Oh, cool ein Move. So, da haben wir noch was. Immer noch irgendwas Sinnvolles. So. Folgen wir unserem Wind? Das ist schon ganz nett, man. Weil man sieht immer, dass er immer so ein bisschen mal von links kommt, dann von rechts kommt. Dass man immer so einen guten Eindruck hat, wo man eben hin muss. Wir reiten erstmal nicht mit unseren Pferden hier voran. Aber hier ist so schöne, entspannende Musik. Da vergisst man gleich, dass hier eigentlich alles vernichtet ist. Du reitest gut. Und deine Wunden? Fast verheilt. Dank deinen Verbänden. Du redest nicht gern über deine Gefühle, oder? Da hast du wohl recht. Mein Onkel lehrte mich, dass ein Samurai seine Gefühle meistert. So wie ein Pferd. Oder eine Klinge. Klingt nach einem harten Leben. Es soll auch nicht einfach sein. Jetzt ist gerade ein bisschen arg Wind stets. Jetzt hatte ich schon die Befürchtung, dass ich schon vorbeigeritten bin. Aber ich denke mal, da hinten, das Fort, wird unser Ziel sein. Müssen wir natürlich noch schauen, dass wir den blöden Fluss irgendwie überqueren. Mein werter Nobu. Ich hoffe, du kannst schwimmen. Übrigens, wieso ich Nobu mitgenommen habe. Aber ich spiele immer noch Vanquid Order und Nobu Dage ist super. Was? Was? Jetzt was ich... Ach. Entschuldigung. Muss ich jetzt wohin? Reichen? Achso. Okay. Ich glaube, ich weiß was. Da hoch müssen wir, oder? Warte mal. Da geht's hoch. Ich werde halt einfach planlos reingestellt. So wie es der richtige Samurai macht. Aber okay. Da ist das Lager. Schwierig hineinzukommen. Die Mongolen haben das Lager rasch hochgezogen. Es muss einen Weg reingeben. Mal nachsehen. Wir müssen zur Taka. Ohne ihn in Gefahr zu bringen. Wir finden einen sicheren Weg. Wir könnten über die Felsen an der Seite. Wenn sie locker sind, rutschen sie ab und alarmieren die Wachen. Hinten sind sie bestens geschützt. Die Frontmauer dort ist noch immer im Bau. Da könnten wir rein. Wir könnten ein Loch in der Frontwand suchen. Reinschleichen. Und die Mongolen an Ort und Stelle töten. Wenn etwas schief läuft, töten sie die Gefangenen. Ich habe es selbst erlebt. Wir müssen leise eindringen. Wie Diebe. Was ist daran verkehrt? Vor den Samurai regierten Verbrecher die Insel. Wir führten Ordnung ein. Und sorgten für Gerechtigkeit. Wir leben nach einem Ehrenkodex. Und manchmal sterben wir deshalb. Krieger wie mein Vater, die unsere Heimat sicherer machen wollten. Ich will das doch auch. Doch es ist Zeit, dass wir uns wehren. Ich versprach meinem Onkel, den Kodex nie zu brechen. Dann umgehe ihn. Um meine Familie zu retten. Und den Rest von deiner. Sehen wir uns mal an, womit wir es zu tun haben. Warten wir, bis es dunkler ist. Los geht's. Taka. Er hat viel durchgestanden. Schon vor der Invasion. Aber du warst für ihn da? Jemand musste ja. Er hasste, dass ich stahl. Doch ansonsten wären wir verhungert. Ich hatte keine Wahl. Samurai zu sein, war auch nicht meine Wahl. Doch meinem Instinkt zu missachten. Meinen Kodex. Besser als von den Mongolen abgeschlachtet zu werden. Wir müssen zurückschlagen. So gut wir nur können. Hier durch. Wenn sie uns sehen, töten sie die Gefangenen. Dann sollten wir leise sein. Und sie kalt machen. Und sie kalt machen. Was meint ihr, Jyn? Der Bär humpelt stark. Euer Pfeil hat ihn verwundert. Dann ist ein Tier am gefährlichsten. Bleibt wachsam. Ja, Onkel. Bleibt an ihm dran. Was hier? Bärenleben? Tun sie nicht. Aber die Kämpfe in Yarikawa trieben einige hierher. Also sind die Rebellen schuld. Wir sollten sie als Strafe den Bären zum Fraß vorwerfen. Wir sind keine Barbaren, Jyn. Hier ist der Bär gestolpert. Stört er? Nein. Aber wir kommen näher. Seid bereit, Jyn. Ja, Onkel. Darf ich schießen? Wenn er noch lebt? Zeigt, dass ihr eure Gefühle kontrolliert. Dann vielleicht. Wir haben ihn. Vorsichtig. Er könnte noch leben. Der Pfeil hätte ihn nicht töten sollen. Schaut, Onkel. Eine Wunde in seiner Flanke. Nicht von einem Pfeil. Ein Ass-Fassile. Aus Yarikawa. Verräter. Ihr freut den Jito in den Rücken. Fürster Kai. Ihr müsst euch beherrschen. Wir sind keine Verbrecher. Wie dieser Mann hier. Wir sind Samurai. Er wollte euch ermorden. Er muss dafür bezahlen. Mit seinem Leben. Seht ihm in die Augen. Lehrt ihn, dass ein Samurai nie aus Angst oder Wut handelt. Dann nimmt sein Leben ehrenvoll. Wenn wir kämpfen, greifen wir den Feind frontal an. Und wenn wir ihn dann töten, schauen wir ihm in die Augen. Mit Mut. Und Respekt. Das macht uns zu Samurai. Nur ein Feigling schlägt aus dem Schatten zu. Das macht uns zu. Jyn. Was ist? Was ist? Suchen wir deinen Bruder. Zieht er vor uns nicht sehen. Benutz all deine Sinne. Denke und bewege dich wie ein Diem. Ich muss da jetzt leider aber sagen, lieber ein Feigling als ein toter Held. Ehrenhafter Held. So. So. Du kochst hier ein bisschen. Aber leider, wenn du nichts für mich dabei machst, dann muss ich natürlich mehr... das ist das nicht. Wo ist? Oh. So. Und du saust dir da die Hucke vor, oder? Warte. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gut. Zum Glück müssen wir hier wohl sagen. Okay. Die Vorräte, aber habe ich noch keine Ahnung, für was die sind. Aber... Wird sicher alles noch geklärt. So. Da haben wir noch was. Looten, looten, looten. Ach. Alter. Wie hätte man den denn bitte sehen sollen? Ernsthaft, man. Ich habe nicht gesehen, dass da noch einer ist, man. Das war jetzt nur Glück, man. So. Gut. 20 Vorräte. Dankeschön. Das nehmen wir auch mit. Ah. Und genau. Damit habe ich schon mal ein gutes Upgrade, wo ich mich beim letzten Mal schon beschwert habe. Nehme ich jetzt, sehe ich auch, wenn da irgendwelche Objekte sind. Weil sonst wäre es ja wirklich planlos, dass ich in der Gegend rumlaufe und hoffe, dass ich ein Item finde. Na, ich gleite, mein Freund. Oh, ich weiß nicht, was passiert. Wegen muss ich mir erst mal das Loot holen. Äh. Bei jedem verdammten Zelt gibt es immer einen Eingang seitlich, außer bei dem. So. Da habe ich meinen Eingang. Aber sonst gibt es immer so etwas, wo man schön reinsteigen kann. Hier natürlich nicht. Okay. Kistel. 21 Vorrechte, liebe Leute, Mann. Ach, ich sehe schon, komm, das wird schon ein schönes Loot-Spiel werden. Und du magst die ganze Zeit da nur rumhockt und die ganze Zeit desnimmt, 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 desnimmt. So. Okay. Dann. Ah, cool. Wir... Warte, warte. Sagen wir, dass es leidet. Das ist ja so cool. Wie seid ihr reingekommen? Wir müssen weg. Wir reden, wenn es sicher ist. Na los. Gehen wir zum Fluss. Dort sind wir sicher. Seid ihr von den Strohhutronen? War ich. Ich bin abgehauen, als ihnen langsam die Rationen ausgingen. Fürst Shimura wurde gefangen genommen. Jetzt brauche ich mehr Schwerter. Sucht ihr nach Arbeit? Nein. Aber die anderen Strohhüte vielleicht. Zuletzt machten sie Jagd auf die Mongolen in der Zuzu-Präfektur, an der Küste nahe dem Kishi-Grasland. Hier lang. Wir suchen meinen Bruder. Einen Schmied namens Faka. Ich kenne ihn nicht. Aber hier kommen viele Gefangene durch. Ihr sagtet, sie verlegen die Sklaven. Wohin? Sie erwähnten die Asamo-Bucht. Und in der letzten Gruppe war ein Schmied. Jung. Mit Bart. Aus Yarikawa vielleicht. Ihr habt besser recht. Ich hoffe, ihr findet euren Schmied. Taka lebt. In der Asamo-Bucht. Die Stadt ist umgeben von Mauern. Hineinstürmen ohne Plan bringt ihn nur in größere Gefahr. Ich habe einen Freund, der könnte uns hineinbringen. Finde ihn. Je eher wir Taka retten, desto eher retten wir meinen Onkel. Jin. Taka schmiedet dir das nötige Werkzeug, sobald er frei ist. Aber danach verlassen wir die Insel. Du hast gesehen, was die Mongolen hier tun. Fürst Shimura kann sie aufhalten. Bleib. Kämpf mit für die Heimat. Heimat? Ist wo Taka und ich hingehen? Mein Freund lebt in der Asamo-Präfektur. An der Grenze zu Zuzu. Ich treffe dich dort. Ich weiß, es war nicht leicht. Das Brechen des Kodex. Ich tat, was ich musste. Danke. 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 Fürst Shimura. Ihr habt etwas Besseres verdient. Überzeugt eure Leute, sich zu ergeben. Und ihr seid sofort frei. Verschwendet nicht meine Zeit. Tötet mich. Ihr glaubt, ihr hättet alles verloren. Aber euer Neffe ist noch am Leben. Jin. Meine Männer kontrollieren die Straßen. Sie bauen Feldlager bei euren Dörfern. Sie sehen alles an jenen. Und sie werden ihn finden. Fürst Sakai wird bis zum letzten Atem zu kämpfen. So wie ich. Ihr liebt ihn. Wie ihr auch euer Volk liebt. Ihr seid wie ein Vater für sie. Wollt ihr eure Kinder im Stich lassen? Ich mache sie nicht zu euren Sklaven. Der Krieger-Kodex. Kein Weg mehr zurück. Haben wir abgeschlossen. Und einen Technikpunkt. Zwei Technikpunkte. Haben wir verdient. Du hast einen Technikpunkt verdient. Setze ihn ein, um mächtige Techniken zu erlernen. Den Kampf gegen den Monden helfen wird. Okay. Was habe ich denn hier? Perfekte Parade. Perfekte Parade im letztmöglichen Moment, um einen tödlichen Angriff auszuführen. Okay. Definitiv das. Kostet mich das jetzt zwei Punkte oder was haben wir hier? Erkundung. Zu heißen Quellen. Wind der Erschlossenheit. Ne, erstmal sind Kampffähigkeiten wichtig. Parier einen unblockbaren Angriff. Angriffe mit blauschimmernden Linien können pariert werden. Haben wir noch nicht gesehen, blauschimmernde. Okay, das ist... Nein, das ist nicht so cool. Na, dann würde ich mal sagen. Mach mal das. Okay. Okay. Da war vorher noch so ein cooler Baum, der so geleuchtet hat. Zu dem würde ich noch gehen. Nobu, ich lasse dir hier noch ein bisschen alles holen. Ein Fuchsbau. Stirb, Fuchsi. Und was kann ich jetzt hier machen? Muss ich jetzt den Fuchs jagen, oder? Arme Fuchsia. Okay, eigentlich will ich dir nichts tun. So, dann schauen wir mal an. Wir sind jetzt hier oben. Da ist der goldene Tempel. Da ist ein Ohne entdeckt dort. Wo waren wir denn? Okay, da ist... Was ist da? Bob Kaneda. Da wollen wir ja ganz sicher noch nicht hin. Dann würde ich mal sagen. Geht's jetzt erst mal dahin. Haben wir einen unentdeckten Ort. Vielleicht haben wir ja da wieder einen von diesen Anführern. Die ist halt ja beim letzten Mal auch gut geklappt. So, dann langsam kommt er die Sonne wieder aus. Boah, dann sieht es wie so geil aus. Huh? Oh-oh. Is it down? Is it down? Alter Falter. Na, das ist so. Okay. Auf solche Ressourcen kann ich gerne verzichten, Mann. Das war ein starkes Weg. So. War das jetzt der unentdeckte Ort? Ne, noch nicht. Der muss ja auch ein paar Menschen irgendwo massakriert haben. Hat sich zumindest das Ganze angehört. Plätze. Na, bleiben wir bei Nobu. Wie gesagt, Nobunaga aus Fake Greno. Das ist natürlich mein anderer Nobu. Deswegen bleiben wir bei Nobu. Also, dann schauen wir was hier für einen coolen Ort hier. als nächstes entdecken können. Auch wenn das hier... Ja, dass das umso weniger Bäume sind, umso schwerer ist es dem Wind zu folgen. Lager der Überlebenden. Das ist ja im Endeffekt eigentlich was Gutes. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sollen jetzt nicht allzu viele Gegend auf uns lauern. Ah, sieht sogar sehr gut aus. Okay? Alles jetzt auf meiner Seite, oder? Braucht ihr irgendwas, mein Herr? Fürster Kai, ihr habt die Invasion überlebt? Ja. Haben wir uns schon mal getroffen? Nein, mein Herr. Doch ich sah euch in die Schlacht reiten. Bitte nehmt dieses Geschenk an. Es heißt, wenn ihr das tragt, führt euch eine Seele zu allem, was ihr sucht. Klingt, als hättet ihr dafür auch selbst gebraucht. Nicht, wo Mongolen durchs Land streifen. Doch falls ihr euch zu Blumen führt, bringt sie mir. Oder anderen Händlern. Wir können daraus Farben herstellen. Ich werde daran denken. Danke. Tracht der Reisenden. Perfekt für alle, denen eine lange Reise bevorsteht. Also, kaputte Rüstung ist jetzt nicht so. Ich spüre gerade Fakte. Mit dem Leitenden Wind reisen lichtet. Ach so, okay. Das ist dann, wenn wir mehr Fähigkeiten haben. Und die kann ich auch gar nicht mehr verbessern. Okay. Dann bleiben wir bei der Erkleinung. Kopfbund? Habe ich noch keins. Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Habe ich nicht. So, du kannst jetzt neue Orte mit dem Leitenden Wind verfolgen. Ah, okay. Ich kann jetzt alle Fakte hier verfolgen. Okay, aber wir gehen natürlich jetzt als nächstes erstmal dahin. Ich wünsche euch stets freies Beleid. Braucht ihr noch ein Samurai? Oder ein Samurai? Lebendig? Ich dachte, Fürst Jinoroku wäre der Einzige. Der Name sagt mir nichts. Er ist in Kashini, mein Herr. Es freut ihn sicher, euch zu sehen. Ich würde ihn gerne treffen. Ich bringe eine Opfergabe für euer Wohleidenden. Mögen die Kami euren Weg schützen, Herr? Meine Mutter glaubte, Inari beschützt mich. Bei meiner Geburt sah sie einen Fuchs vor unserem Haus Glühwürmchen jagen. Sie wusste, dass Füchse Inaris Boten in unserer Welt sind. Wenn ihr einen seht, folgt dem Weg, den er nimmt. Mein Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Okay, ich hab das. Aber da ich noch keine Ahnung hab, was das bei mir bringt, lasse ich es natürlich jetzt erstmal weg. Okay, also, unser nächstes Ziel ist jetzt hier drüben. Wir könnten jetzt zu dem Fuchsbauer, da werden wir wahrscheinlich nochmal zurückkehren. Pferde! Pferdi! Da bist du. Weil wir, äh, also dem Fuchs folgen müssen. Inari ist ja eine Fuchsgottheit. In der schönen Mythologie hier. Weiß ich, aus Persona 5. Yuski hieß auch da immer Inari. So, also, wandern wir jetzt hier zu dem Ort. Aber man muss hier wirklich ein bisschen dann immer den Straßen folgen, weil das macht die Sache deutlich leichter. Es ist nicht so wie ein Anspiel, wo man immer irgendwelche lustigen Wege nimmt. Ist ja schon empfehlenswert, immer dann die Hauptstraßen zu nehmen. Und sehr schön, dass man während des Reitens auch Ressourcen mitnehmen kann. Oh, das sieht geil aus. Das gefällt mir schon wieder gut. Also, grafisch, Leute. Da wird's, das ist echt, äh, also wie gesagt, in der ersten Katze dachte ich mir, okay, ist die ganz nice aus. Äh. Dann dachte ich mir, okay, jetzt sieht's immer ganz so gut aus. Und jetzt wird's immer besser und es sieht immer schön aus. No, buh. Und was ist das für ein schöner Schrein da unten? Das Yoshi Heilbart. Vielleicht weiß jemand im Gasthaus, wo ich Sensei Ishikawa finde. Plumpsen wir einfach mal rein. Klauen ein paar Blumen. Und Opfergaben. So macht man das. Und hoffen, dass wir hier nicht verbrutzeln. Äh. Ich bin, ich bin eigentlich voll an unserem Ziel, glaube ich, vorbeigeritten, oder? Nö. Nö, passt doch. Da hinten wird noch was. Also, bei so, bei so, bei so, also bei so, also bei so Kleinziehen, dann nervt mich das ein bisschen. Dass man dann sofort sieht, äh, wo die sind. Das kann ich da jetzt eigentlich. Ah, okay, er kann klettern. Das war meine Frage. Okay, man muss auch nicht X drücken. Der hüpft einfach so. Okay, das ist auch nice. Da war ich doch gerade an dem blöden Tor. Okay. 140 Meter. Treibe mich weiter, Wind. Du wirst es schon wissen, wo es lang geht. Am liebsten werden wir halt wieder so einen Banditen an... äh, so einen Banditen zum Mongolen anführen. Das war gerade ganz nice, dass wir da gleich einen erwischt haben. Ist halt einfach der Ort, wo ich herkomme. So, einmal tief durchatmen und weiter geht's. Okay, da oben. Ja, okay, das wird schon angezeigt. Weil ich meine, das ist schon ganz cool mit diesem, dass, äh, dass man eben komplett auf das HOD verzichtet. Aber es wird schon ein bisschen nervig. Also, wie gesagt, bei solchen Orten, dass ihr jetzt nicht wisst, wo ich hingehen muss. HOD ist zwar immer schön und gut, aber... Spiele nutzen ist halt doch... Also, Spielekomfort ist halt da immer ein bisschen wichtiger. Und das ist gut so. So. Sensei Ishikawa ist tot. Okay. Bambus. Blumen. Bleibt stehen. Sensei Ishikawa. Fürst Sakai's Sohn. Ihr habt Komoda überlebt. Euer Wogen hätte uns genützt. Ich war auf dem Weg, als Banditen mich angriffen. Erwartet ihr, dass sie wiederkommen? Ein Samurai lässt sich nicht überrumpeln. Mein Beileid wegen Fürst Shimura. Er war ein guter Mann. Er lebt. Als Gefangener der Mongolen. Dann ist noch Hoffnung. Deswegen bin ich hergekommen. Hilft mir, ihn zu retten. Ich kann nicht. Mein Lehrling wird vermisst. Geschickt den Bogen schießen. Ich suche mit euch. Und ihr beide helft mir, Fürst Shimura zu retten. Dann strengt euch an, Sakai. Okay, liebe Leute. Das ist jetzt nett. Da wollten wir wegen unserer Hauptquest eigentlich in das Dorf. Und jetzt habe ich hier das ganz zufälligerweise gefunden. Gut, bevor wir aber hier weitermachen. Und das ist eine Geschichte hier dann allen. Mal mehr in kleinen Karten. Mal nächstes Mal geht's weiter mit Let's Play Ghost of Tsushima. Bis dahin auf Wiedersehen. Ciao.